Der ist eineinhalb Jahre alt hier. Eineinhalb Jahre, aha. Auch noch ein Baby. Der andere ist zweiterhalb. Aha, und jetzt wissen Sie alles... Achso, ja, okay. Das können Zahne, Tiere. Was machen Sie jetzt? Pferde-Entertainment. Und das hintere Pferd gehört auch dazu? Ganz hinten? Nein, wir sind von Nachbarn. Aha, okay. Das ist der Isländer. Pony, oder? Ja, das ist der Isländer. Ah ja, okay. Na dann, guten Appetit unterwegs mit dem Filmbike. Galakom.tv Das ist der Isländer. Das ist der Isländer. Das ist der Isländer.